hallo und guten morgen heute ein video zu einem freudigen anlass vor ein paar wochen schon ist mir zu ohren gekommen dass heute ein langjähriger zuschauer auf meinem kanal der luki seine geliebte romy heiratet die beiden sind aus otto brunn ich wünsche euch auf diesem wege eine schöne hochzeit ein tolles hochzeitsfest einen schönen tag und vor allem alles gute für die zukunft das war's macht es gut viele grüße an die ganze hochzeitsgesellschaft euer ed